Ich komme... Erste Mission 34... 35 Minuten schon. Ja, aber richtig Spaß macht die Dinger, ohne Scheiß. Ja, ich fand die erste Mal recht kacke, weil die halt... Ja, aber nicht ja jetzt Lamar, ne? Du bist ja am Völklenz. Du bist jetzt Lamar, ja? Genau, Lamarrrrr. Lamarrrrr. Und ich bin... Lamarrrrrrr. Ich bin Eck, du Wolle, der entzündet jetzt den Tornado. Warte, ich mach's mal vorhanden, bis ich auch jetzt... Entzünde den Tornado. Okay, ich hab den Tornado verkackt. Wie kann man eigentlich... Na, egal. Weil ich hier mit ner Wasserflasche stehe und das probier ja immer an. Welches ist das denn? Ach komm, kannst du ihn nicht ausdenken. Kannst du ihn nicht ausdenken? Kannst du ihn nicht ausdenken? Ich bin Eck, du... Was ist das denn? Was? Ich hab recht, jetzt zwei von mir selber rumstehen. Jetzt ohne Scheiß, hier stehen... Zweimal ich rum. Was? Das ziehst du da hoch, oder? Nein. Nein? Das ziehst du echt nicht? Nein, ich seh mich und dich da rumstehen. Du musst nahe hoch dann. Ja, lad das mal hoch. Hä? Du siehst zweimal dich da rumstehen. Da steht zweimal ich rum. Und kein Pirat. Kein Ektor. Du willst zweimal ich. Geil. Das ist ja geil. Verbackte Kacke. Ich lief dieses Spiel. Das ist ja geil. Ein neues YouTube Video. Nico alleine. Ist das geil? Nico alleine in der Lobby. Nico ist in der neue Welt, genau. Ja. Ja. Ist aber jetzt ein bisschen langer oder was? Entschuldigung, da kommen die ganze Cutscene erstmal. Alter. Was ist denn die ganze Zeit jetzt doppelt drauf? Ja, ich seh mich doppelt die ganze Zeit. Ja, ich seh mich doppelt die ganze Zeit. Ja, ich seh die Chance daneben. Stizzle ist alles voll, man. Nizzle, nizzle, stizzle, stizzle. Das sieht so geil aus. Wie kann das denn sein, bitte? Ja. 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 Gehen wir das raus? Ich dachte wir gehen jetzt ein Kiffen. Ich geh' ich da raus. Na wie, ja. Ich bin auch draußen. Hier sind zwei Ichs. Ich geh' ich da raus. Ach so raus schon. Ich seh' y'all found a smoke in the room, huh? Somebody say smoke? Hey, hey. Das kommt erst mal gleich an für einen neuen großen Scheiß. Hey, wir müssen eure große Scheiß, was das aber ja halt. Das verleitet auch die armen Kinder zum Chippetrauchen. Dann freuen sie sich, dass sie in einem anderen Körper sind und bei Franklin und Lamar wieder aufwachen. So Zeppeligen, großen Schippetrauchen und gewöhnt. Echt? Oh, wir haben mal... Ach nee, das kann ich, glaub ich, hier nicht erzählen. Erzähl, komm. Ja, ganz früh haben wir mal, äh, da haben wir einen größeren mal gebaut. Mit aus... Also, da war noch mal eine Kiffahrzeit. Die sind wir schon angekommen. Kennst du diese Long Paper? Ja, klar. Da haben wir, glaub ich, aus, äh, drei oder vier Long Paper so eine richtig große Tüte gebaut. Also zwei Long Paper nebeneinander und dann noch einen nach vorne so queren. Okay. Ja, da kannst du, ja, ja, ja. Das ist wirklich schon sehr groß. Da kannst du schon wirklich dann halt, äh, längere Zeit Spaß mit haben. Äh, das ist jetzt fast ein Dreibett, was du da gerollt hast, von der Größe her. Ja. Äh, ne, hab ich ja nicht gerollt, hat ja jemand anderes gerollt. Achso. Lamar, was machen wir jetzt mit den beiden? Wie gesagt, das ist Wahrheit, äh, äh, ja. Lang ist her, lang ist her. Ich will auch nicht wieder zurück, da hinten, also auf gar keinen Fall. Never ever, never ever mehr. Also ich kann das nur empfehlen, fang nicht mit der Scheiße an. Mach da leider auch keinen Spaß mehr. Ich sag einfach lieber nix. Ja. Boah, geil, wie können wir auch sehen. was haben wir für waffen ja nur die scheiß knarre das ist so zum kratzen hallo ich will gefechtskistole das ist bestimmt richtig gut rum war ja klar oder peng hängen heute früh ich habe noch von 8 habe ich gestern geschossen gestern habe ich von denen mir heute heute schon heute für den brötchen heute von dem brötchen von gestern bekommen ich habe den backofen dann aufgebacken die wand zu lange backofen und er war nicht richtig hart und verbrannt halbwegs hörst heute brötchen von gestern für morgen kommen nein nicht für morgen für heute heute brotchen vorgestern zu wichser für morgen da kann ich wichser zu jemanden wichser ich habe von olaf olaf gestern für heute bekommen heute bekommen die habe ich in dem backofen getan und die waren ein bisschen zu lange drin und waren sie ein bisschen sehr knusprig ich habe nur drei kohle aber ich habe noch mehr brötchen von daher kann ich morgen auch noch wieder schön nein du hast kohle gefressen nein hau mir doch nicht irgendwas in den mund rein was du was du gar nicht aussprechen kannst so war schon schwarz verkohlen doch nein 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 geil wie schön wie schön hier fährst aber fahrt direkt da kriegst du eine wacht von dem da ich habe eine waffe 16 schuss ich habe sie erwischt aber willst du erst mal einen schutzring höhlen ja chill doch mal ich habe noch was anderes jetzt ne ich habe noch fünf schuss okay mach nichts warten wir warten wir und wir dürfen die ganze zeit noch mal wieder machen weil du drauf gegangen bist sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut wie kann man denn so nico sein mann passt erst mal ein bisschen besser auf ist beim nächsten mal wir haben wir haben kein teamleben ja wir haben trotzdem kein teamleben passt so ein bisschen besser auf was ich was mit ein bisschen keine ahnung was ein ja gut wir fangen ja von da oben käse zum beispiel ofen käse ist der mittel zum zweck wenn du was singst ist er gut ja du kannst du auch hier hin den kopf geschossen ich habe ja komplett den kopf getroffen er lebt noch jetzt ist er ich habe jetzt kurz mal panzerung rein und denkt ab panzerung wieso kann ich mir keine panzerung reinhauen wenn du scheiße bist ja der leuchtet ein ob ich den h ministrat intuition j mother stell triple an einen neuen dafür du Scheiße. Ah, ich habe sie nur leicht erwischt. Bleib doch mal liegen, du Tante. Was? Nix. Dem noch alles gut. Alter, was geht denn ab mit ihm? Ich habe jetzt die Waffen. Oh, ich habe wieder 16 Schuss, geil. Ich gehe mal kurz da hinten hin. Ist da noch Munition für mich? Oh, hier hinten sind ganzer Swede noch, sehe ich gerade. Munition. Oh, Penner, komm her, komm her. Ich habe gehört, du willst. Ach, nie, Quartin, John. Ey, da ist so eine Kacke. Was denn? Das ist alles Arsch hier. Ja. Ich hoffe, es tut. Wie kann man jetzt so... Wenn ich ausfüllen... Du bist ein Auto. Na, 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 na. Oh. Ich bin da nicht böse, wenn ich hier sterbe. Sei, doch, bitte nicht böse. Ich treffe den nicht, oh, fuck, was... Nein, nein, oh, ich, 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 ich... Fuck, ich wäre... Oh, ich wäre fast draufgehören. Ich rette dich gerne, weißt du noch. Ecke, unter mir ist irgendwo einer. Kriegst du den? Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr schön, sehr schön. Ah. Vorne wieder rein, irgendwie sowas, ne? Ja. Wir müssen hier an der Seite irgendwie rein, was... Warum labert ihr eigentlich auch immer so lange? Alter, verdammt. Ich glaube, es war hier. Jawohl, da war es. Ach, ne, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Das kommt erst mal, äh, ja, Chop an und dann macht ihr erst mal klar. Yeah, Chop, yeah, Chop, 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 Chop. Chop, 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 Chop. Die Schnauze da hinten. Oh, ich hab grad irgendwas kaputt gemacht. Oh, die sind schon fertig. Die sind was cooles? Nee. Lamar handle irgendwie nur mit Gras. Nichts anderes außer Gras. Hallo, was hast du da? Gras Bleib hier, junge Chop Wir fahren jetzt ohne dich Kannst du das ganze Gras fressen oder was? Oh, wir müssen den Wagen hinterher Ach nein, jetzt kommt die Mission Ah, da müssen wir Ah, okay, gut Aber die war ja auf jeden Fall lustig Die war echt gut Besonders gehen die da hin Und sagen sich, geil, lass mal da hinten reinsetzen Einfach mal und warten Bis wir ankommen Ist ja nicht so, als wenn das uns jemand Dann bemerken würde Cool, sonst, da sind richtig krasse Waffen drin Ey, wir haben ja noch unseren normalen Scheiß Mit dem wir schießen können Wir brauchen ja nicht diese krass geilen Waffen Die da liegen Das ist doch noch irgendwie, da denkst du ja auch so Wie bist du auf diesen Scheiß gekommen, Mann Wie viel Gras musstest du rauchen Dass dir das in den Sinn gekommen ist Ja, du bist verklemmt und nervös Oha Das sagt leider mal einfach zu ihm Bist du für mich Ja, okay, vielleicht ein bisschen Du bist sehr verklemmt und nervös, muss ich schon sagen Echt? Aber vielleicht nicht immer Wir haben die den Fahrrad nicht umgenietet Ist viel mehr Sinn gemacht, so Ich meine, die ballern hier alles mögliche Gab einen Schuss nach vorne und fertig Cool, ich hab deine Waffe Da hinten sind die richtig geilen Waffen Komm, wir schießen mit denen hier Hey, shit, I can't believe that work Hey, let's fuck these clowns up Hey, fuck Damn, homie Yo homie Yo homie, yo homie Das hier schießen ist schon ein bisschen komisch, aber egal Ich bin ja am Weg ist schon ein bisschen schießen Die Penner Hier hinten, oh, hier haben sie auch noch Gar nicht gesehen Oh, die haben die Motorrad sind auf jeden Fall weg Da haben wir andere Bumme Oh ja, geil Andere Wunde? Nee, nur die Pistole Da ist, der ist auch's Mold Und hier auch nochmal Zack, bam Torat Ja, ich bin rausgeflogen Ja, und Torat ist auch weg Sehr schön Ich schalte die Vagos aus Hier ist kein Vagos mehr Wo denn, Junge Wo denn Toll, kein Vagos mehr Oh, wie gut, er kommt jetzt Oh Das klingt schade, du Penner Oh, geil Quasi am Arsch gerade Und jetzt geht's ab Oder nochmal Ja, na, klar Mit Klaschenkopf hier Ja, Klaschenkopf Was, ja, Klaschenkopf Oh, geil Stimmt Komm Jetzt ab Oh, alter Pass auf Heide dich lieber, heide dich lieber Ich bin ja richtig im Kopf Hör mal kurz Du treffest hier nicht Komm schon her Und her Hör mal kurz Los, da bist du noch Nachladen Ja, komm, du musst mal aufstehen Ne Da wollte ich da unten mal aufstehen Da ist er auch Oh fuck, aller Der war richtig Knapp Knapp Jetzt ist er weg Komm schon mal ein bisschen vor Ich glaub schon Ich geh mal ein bisschen weiter vor Ja, rück mal vor Rücke vor Oh Oh Ich muss noch ein bisschen stehen Ich hab nur Den Boden da Da hinten ist einer, okay Seh ich nicht Woraus noch Bist du Oh fuck, der hinten ist auch noch Okay, da hab ich Ist weg Ja, hier sind noch ein paar Und wer ist hier? Ah, müssen wir ein bisschen kugeln und warten, ne? Kugeln, warten Oh, der, der trifft mich gar nicht Jawohl Wir sind den da hinten, den treffe ich nicht Krieg aber ein Ich muss warten, bis er rauskommt Da vorne, da ist mit Nachdruck Hast du den? Hab ich ja Irgendwo da hinten muss einer sein Der haben wir sicherlich getroffen Komm heran Okay Da ist hier vorne, ist einer Komm, zwei Ich hab ihn Ich muss nachhören, schade Täter ist noch einer Okay, das war's Jetzt können wir den Busfahrer holen Ein hoch auf Wunder Busfahrer Ein Busfahrer Ach, ich, oder? Wir müssen hier hoch Alles gut Ein hoch auf Wunder Busfahrer Busfahrer Irgendwann mit Kurzzeit nicht so viel geredet haben Äh, ist manchmal so Ist, oh Warum geh ich hier wieder runter, Mann? Geh doch mal nach Hause einfach Boah, der Tastengeräusche, Exo Entschuldigung, der Tastengeräusche machen Oh, fuck Oh Oh Oh, die kurzen Kackstift Ganz kurze, aber nur, ne? Achso, oh Wir haben's Und er raucht schon Wie, wie doll hast du denn da rauf geschossen? Auf was? Ja, auf den Truck Auf gar nicht, du hast hier aufschossen Du warst gar nicht auf den Truck Gar nicht auf den Truck geschossen Gar nicht auf den Truck Wenn du gar nicht auf den Truck geschossen hast Oh Das wäre unfassbar Ach, freut er sich gar nicht, Mann Scheiße Nein Ah Fick doch die Wand an, oder was? Nein 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 Das geht Bestanden Dann machen wir einfach mal 55 55 Marfos